Bei der Übung Shoulder-to-Shoulder-Press haben wir einen schönen Übergang vom Beithändigen über Kopfdrücken zum Einhändigen über Kopfdrücken. Das heißt, ein Arm arbeitet mehr als der andere. Gleichzeitig muss der Rumpf sehr gut stabilisieren, weil das Gewicht von der einen Körperseite zur anderen wechselt. Dazu heben wir den Sandback an, beziehungsweise wir schultern ihn einmal. Von hier aus Bauch und Po anspannen, Schultern runterziehen, Brustbein anheben und dann wird das Sandback mit gestreckten Armen über Kopf geführt von der einen Schulter zur anderen. Der Rumpf muss immer asymmetrisch mit stabilisieren, um das Gewicht auszugleichen. Der äußere Arm arbeitet immer am meisten, der innere hilft ein bisschen. So kann man sich auch schön zum einarmigen über Kopfdrücken hinarbeiten.